Ich heiße Fiona May, aber vor Gericht sagt man Milady. Die Justiz lässt einen wenig privat leben. Wir küssen uns nicht mal mehr. Ja? Wir haben einen dringenden Fall, Milady. Der junge Patient Adam hat Leukämie. Jedoch sind sowohl er als auch seine Eltern Zeugen Jehovas und eine Bluttransfusion widerspricht ihrem Glauben. Sie kommen also, um mich umzustimmen. Warum ist eine Bluttransfusion falsch? Warum ist etwas Unrecht? Rede mit mir. Dieser junge Mann, ich dachte, ich könnte alle seine Fragen beantworten. Milady, es sind alle bereit. Vielen Dank.